Ich liebe an der Bernina besonders, dass es rechts von der Nadel ganz schön viel Platz hat. So kann man auch ganz große Projekte ganz einfach nähen. Mit der Tumbo-Spule kann ich besonders lange nähen, weil sie 70% mehr Faden umfasst als herkömmliche Spulen. Wenn ich den Faden dann trotzdem mal wechseln muss, muss ich meinen Stoff nicht wegnehmen und kann ganz einfach von vorne die Spule wechseln. Der Greifer, der ist aus Metall und nicht aus Plastik und damit ist er sehr robust und auch langlebig. Die automatischen Merkmale sparen mir viel Zeit beim Nähen. Zum Beispiel gibt es eben den automatischen Fadenabschneider. Da kann ich einfach auf den Knopf drücken und die Maschine schneidet und vernäht alles in einem.